Liebe Jugendliche! Ich freue mich, euch hier in Köln am Rheinufer zu treffen. Als Pilger in der Gefolgschaft der Heiligen Drei Könige seid ihr aus verschiedenen Teilen Deutschlands, Europas und der Welt gekommen. Indem ihr ihren Spuren folgt, wollt ihr Jesus entdecken. Ihr wart bereit, euch auf den Weg zu machen, um selber ebenfalls dahin zu gelangen, persönlich und zugleich gemeinschaftlich das Angesicht Gottes zu betrachten, das sich in dem Kind in der Krippe offenbart. Wie ihr, habe auch ich mich auf den Weg gemacht, um zusammen mit euch niederzuknien vor der weißen Hostie, in der die Augen des Glaubens die reale Gegenwart des Erlösers der Welt erkennen. Gemeinsam werden wir dann über das Thema dieses Weltjugendtages, wir sind gekommen, um ihn anzubieten, meditieren. Mit sehr großer Freude begrüße und empfange ich euch, liebe Jugendliche, die ihr von nah oder fern auf den Straßen der Welt und eures Lebens hierher gegründet seid. Einen besonderen Gruß richte ich an diejenigen, die wie die Sterndeuter aus dem Orient gekommen sind. Ihr seid die Vertreter der zahllosen Menge unserer Brüder und Schwestern in der Menschheit, die ohne es zu wissen, das Aufgehen des Sternes an ihrem Himmel erwarten, und zu Christus, dem Licht für die Völker, geführt zu werden. Und in ihm die befriedigende Antwort auf den Durst ihres Herzens zu finden. Herzlich begrüße ich auch diejenigen unter euch, die nicht getauft sind, die Christus noch nicht kennen oder in der Kirche nicht zu Hause sind. Gerade an euch hat Papst Johannes Paul II. eine besondere Einladung zu diesem Treffen gerichtet. Ich danke euch, dass ihr euch entschlossen habt, nach Köln zu kommen. Einige unter euch könnten vielleicht die Aussage auf sich beziehen, wie Edith Stein über ihre Jugend machte. Sie, die später im Kamel in Köln lebte. Ich hatte die Gewohnheit zu beten, bewusst und freiwillig aufgegeben. In diesen Tagen werdet ihr das Gebet wieder in bewegender Weise als ein Zwiegespräch mit Gott erfahren können. Mit dem Gott, von dem wir uns geliebt wissen und den wir unsererseits lieben wollen. Allen möchte ich mit Nachdruck sagen, reißt euer Herz weit auf, Herr Gott. Lasst euch von Christus überraschen. Gewehrt ihm in diesen Tagen das Recht, zu euch zu sprechen. Öffnet die Türen eurer Freiheit für seine barmherzige Liebe. Bereitet eure Freuden und eure Leiden vor Christus aus und lasst zu, dass er euren Geist mit seinem Licht erleuchtet und euer Herz mit seiner Gnade berührt. Erfahrt in diesen gesegneten Tagen das Miteinander und der Freude die Kirche als einen Ort der Barmherzigkeit und der Zärtlichkeit Gottes gegenüber den Menschen. In der Kirche und durch sie werdet ihr zu Christus gelangen, der euch erwartet. Da ich heute nach Köln komme, um mit euch am 20. Weltjugendtag teilzunehmen, denke ich spontan mit Dankbarkeit und innerlich bewegt an den von uns allen so geliebten Diener Gottes, Johannes Paul II., der die glänzende Idee hatte, die Jugendlichen der ganzen Welt zusammenzurufen. um gemeinsam Christus, den einzigen Retter des Menschengeschlechts, zu feiern. Dank dem tiefen Dialog, der sich in über 20 Jahren zwischen dem Papst und den Jugendlichen entwickelt hat, konnten viele von ihnen den Glauben vertiefen. Enge Bande der Gemeinschaft knüpfen, sowie sich für die gute Nachricht vom Heil in Christus begeistern und sie in vielen Teilen der Welt verkündet. Dieser große Papst hat es verstanden, die Herausforderungen zu begreifen, die sich den jungen Menschen von heute stellen. Und als Bekräftigung seines Vertrauens auf sie, hat er nicht gezögert, sie anzuspornen. Mutige Verkünder des Evangeliums und unerschrockene Entwickler der Kultur, der Wahrheit, der Liebe und des Friedens zu sein. Heute ist es meine Aufgabe, dieses außerordentliche spirituelle Erbe, das Papst Johannes Paul II. uns hinterlassen hat, aufzugreifen. Wenn sich am Horizont des Lebens diese Antwort abzeichnet, dann, liebe Freunde, muss man die nötigen Entscheidungen treffen. Es ist, wie wenn man sich an einem Scheideweg bewint. Welchen Weg soll man einschlagen? Den, zu dem die Leidenschaften anregen, oder den, welcher der Stern zeigt, der im Gewissen leuchtet. Als die Sternteuter die Antwort hörten, in Bethlehem, in Judäa, und so steht es bei den Propheten, entschieden sie sich, von diesem Ort erleuchtet, den Weg fortzusetzen bis zum Ziel. Von Jerusalem gingen sie nach Bethlehem, das heißt von dem Wort, das ihnen anzeigte, wo der König war, den sie suchen, bis zur Begegnung mit diesem König, der zugleich das Lamm Gottes ist, das die Sündige der Welt ihm wegnimmt. Dieses Ort ist an uns gerichtet. Auch wir müssen unsere Wahl treffen. In jeder Messe führt uns, nämlich im Gegenteil mit dem Wort Gottes, zur Teilnahme am Geheimnis von Kreuz und Auferstehung Christi, und zum euchwasslichen Mahl, zur Vereinigung mit Christus. Im Altar ist der Gegenwärtig, den die Sterne dort im Stroh liegen sahen. Christus, das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist, der Welt das Leben zu geben. Das wahre Lamm, das ein Leben hingibt für die Hallen der Menschheit. Vom Wort erleuchtet können wir wiederum in Bethlehem, im Haus des Brotes, die Erfahrung der überwältigten Begegnung mit der unfassbaren Größe eines Gottes machen, der sich so weit erniedrigt hat, sich in einer Krippe zu zeigen und sie auf dem Altar als Speise zu verschenken. Liebe Jugendliche, das Glück, das ihr sucht, das Glück, auf das ihr ein Anrecht habt, hat einen Namen, ein Gesicht. Es ist Jesus von Nazareth, verborgen in der Eucharistie. Er allein schenkt der Menschheit Leben in Fülle. Sag gemeinsam mit Maria euer Ja zu dem Gott, der sich euch schenken will. Ich wiederhole euch heute, was ich zu Beginn meines Pondifikats gesagt habe. Wer Christus in sein Leben eintreten lässt, verliert gar nichts, erlaubt absolut nichts von dem, was das Leben frei, schön und groß macht. Nur in dieser Freundschaft erschließen sich wirklich die großen Möglichkeiten des Menschseins. Nur in dieser Freundschaft erfahren wir, was schön ist und was frei macht. Seid völlig überzeugt davon, Christus nimmt nichts weg von dem, was ihr ein schönes und großes in euch habt, sondern zur Ehre Gottes, zum Glück der Menschen, zum Heil der Welt, führt alles zur Vollendung. Möge eure Anwesenheit in dieser Stadt schon das erste Zeichen einer Verkündung des Evangeliums sein, durch das Zeugnis eures Verhaltens eurer Lebensfreunden. Ich werde mich nun als Pilger zum Kölner Dom begeben, um dort die Reliquien der Heiligen Drei Könige zu verehren, die bereit waren, alles zu verlassen, um dem Stern zu folgen, der sie zum Retter des Menschengeschlechts führte. Diese Reliquien sind nur das hinfällige Zeichen dessen, was die Sterndeuter waren und was sie vor so vielen Jahrhunderten erlebten. Die Reliquien führen uns zu Gott selbst. Er ist es nämlich, der mit der Kraft seiner Gnade schwachen Menschen den Mut verleiht, ihn vor der Welt zu bezeugen. Wenn die Kirche uns einlädt, die sterblichen Reste der Märtyrer und der Heiligen zu verehren, vergisst sie nicht, dass es sich letztlich zwar um armselige menschliche Gebeine handelt, aber diese Gebeine gehörten Menschen, die von der lebendigen Macht Gottes durchdrungen waren. die Reliquien der Heiligen sind Spuren jener unsichtbaren, aber wirklichen Gegenwart, welche die Finsternis der Welt erhält, indem sie das Reich Gottes sichtbar macht, das in uns ist. Mit uns und für uns rufen sie Maranatha, komm Herr Jesus. Liebe Freunde, mit diesen Worten verabschiede ich mich von euch und sage euch ein herzliches Auf Wiedersehen in der Beginnfeier am Samstagabend. Ich freue mich, euch hier in Köln am Rheinufer zu treffen. Als Pilger in der Gefolgschaft der Heiligen Drei Könige seid ihr aus verschiedenen Teilen Deutschlands, Europas und der Welt gekommen. Indem ihr ihren Spuren folgt, wollt ihr Jesus entdecken. Ihr wart bereit, euch auf den Weg zu machen, um selber ebenfalls dahin zu gelangen, zu knien vor der weißen Hostie, in der die Augen des Glaubens die reale Gegenwart des Erlösers der Welt erkennen. Gemeinsam werden wir dann über das Thema dieses Weltjubes persönlich und zugleich gemeinschaftlich, das Angesicht Gottes zu betrachten, dass das sich in dem Kind in der Krippe offenbart. Wie ihr habe auch ich mich auf den Weg gemacht, um zusammen mit euch nie